Mein Name ist Marco Kurt, ich bin Mobiliar-Topscorer vom BSV Bern-Muri. Indoor Sports verlassen gemeinsam mit Mobiliar einen tollen Preis für eueres Team. Dieser Preis besteht aus Trikots und Hosen und könnt schon bald eurem Team hören. Um mitzumachen, braucht ihr euch einfach im Facebook einloggen, die Seite Indoor Sports mir gefällt mir markieren und bei der Wettbewerbsfrage einen passenden Kommentar abgeben. Die Frage ist ganz einfach, wieso braucht eure Mannschaft dringend eine neue Ausrüstung? Die IFA als reichste Antwort gewinnt das Ausrüstungsset mit 10 Leibchen und 10 Hosen und die werden individuell für eueres Team bedruckt. Also mitmachen lohnt sich, der Gewinner wird am Ende des Final Four bekannt geben. Viel Glück!